Willkommen bei unserem heutigen Video. Die besten 2-in-1-Laptops im Jahr 2023 im Vergleich. In diesem Video stellen wir Ihnen die besten 2-in-1-Laptops vor, die es im Jahr 2023 gibt, und vergleichen und testen diese. Wir werden Ihnen zeigen, welches der 2-in-1-Laptops für Sie am besten zum Kauf geeignet ist, abhängig von Ihren Anforderungen und Bedürfnissen. Mach Dich bereit für ein unglaubliches Erlebnis. Wir haben unzählige Stunden damit verbracht, die neuesten und besten 2-in-1-Laptops zu testen, um Ihnen die bestmögliche Empfehlung geben zu können. Bleib bis zum Schluss dabei, um keine wichtigen Infos zu verpassen. Wenn Du Dich auf das heutige Video freust, dann lass jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Lass uns loslegen. Also und ohne Verzögerung, lassen Sie uns in die Welt der 2-in-1-Laptops eintauchen und herausfinden, welches das Beste für Sie ist. Hier kannst Du die 2-in-1-Laptops kaufen. Alle im Video vorgestellten 2-in-1-Laptops finden Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Sie können sich dort weiter über die Produkte informieren und diese direkt auf Amazon kaufen. Verpassen Sie nicht die Chance, das Beste 2-in-1-Laptop für sich selbst zu finden. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Vorteile der 2-in-1-Laptops Erstmal werden wir tiefer in die Vorteile der 2-in-1-Laptops eintauchen. Wir zeigen Ihnen, warum diese Geräte nicht nur praktisch, sondern auch unglaublich leistungsstark sind. Von der Flexibilität, die Ihnen ermöglicht, Ihren Laptop als Tablet oder als klassisches Notebook zu verwenden, bis hin zur portablen Größe, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeit überall mit hinzunehmen. Die 2-in-1-Laptops haben so viel zu bieten. Das Asus Zenbook 2-in-1 ist ein hochmodernes 15,6 Zoll FHD-Touchscreen-Laptop, das mit einem AMD Ryzen 7 5700U-Prozessor und einer NVIDIA GeForce Graphics ausgestattet ist. Mit 8 GB DDR4-Rahmen und einer 256 GB großen SSD bietet es eine reibungslose Leistung, ohne dabei auf Geschwindigkeit und Speicherplatz zu verzichten. Das Laptop kommt mit einem neuen Windows 11 Home-Betriebssystem und einem TWE-Stift, der für einfache Navigation und präzise Notizen sorgt. Dieses Modell ist besonders hervorstechend durch seinen leistungsstarken AMD Ryzen 7 5700U-Prozessor. Mit 8 Kernen und einer Boost-Taktfrequenz von bis zu 4,3 GHz ist es eines der schnellsten U-Klasse-CPUs auf dem Markt. Außerdem ist es mit einer hohen Bandbreite ausgestattet und unterstützt SMT und Hyperthreading mit 16 Threads. Das Laptop ist auch mit einem 15,6 Zoll FHD-Touchscreen-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1920x1080 hat und 720p-Inhalte unterstützt. Die energieeffiziente LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für ein kristallklares Bild. Ein weiteres Highlight ist die NVIDIA GeForce MX450-Grafik, die für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spiel- und Multimedia-Erlebnis sorgt. Das Laptop ist auch mit einem integrierten Medienleser ausgestattet, der eine einfache Übertragung von Fotos ermöglicht, sowie eine integrierte HD-Webcam mit Mikrofon. Das Asus Zenbook 2in1 wiegt nur 1,9 Kilo und ist nur 2 cm dick, was es zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht. Es ist in einem eleganten Hellgrau erhältlich und verfügt über ein flaches, schlankes Design. Im Vergleich zu anderen Modellen bietet das Asus Zenbook 2in1 eine Kombination aus Leistung und Tragbarkeit. Mit seinem relativ leistungsstarken Prozessor, Grafiken und praktischen Funktionen ist es eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen Laptop für berufliche und einfache private Zwecke suchen. HP Pavilion X360 2in1 Laptop. Mit einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen ist dieses Modell ein echter Allrounder, der jedem Nutzer gerecht wird. Der Preis von ca. 720 Euro ist mehr als fair für das, was dieses Gerät bietet. Zuerst einmal möchte ich auf einige der besten Funktionen des HP Pavilion X360 eingehen. Es verfügt über einen Intel Core i3-L125-G4-Prozessor, 8 GB DDR4-RAM und eine 512 GB SSD, die zusammen eine reaktionsschnelle und zuverlässige Leistung garantieren. Darüber hinaus ist die Intel UHD-Grafikkarte ideal für Streaming. Für aufwendigere Spiele würde ich aber eher eines der folgenden Modelle empfehlen. Eines der großen Vorteile dieses Laptops ist seine Flexibilität. Mit vier verschiedenen Nutzungsmodi kann man stets den richtigen Blickwinkel finden. Außerdem ist das 14 Zoll Full HD-Touchscreen-Display entspiegelt, was eine perfekte Anzeige ihrer Inhalte garantiert. Mit der Touchscreen-Technologie können Sie Ihren PC auch direkt mit den Fingern steuern. In ausgewählten Modellen ist sogar ein Fingerabdrucksensor verbaut. Eine weitere großartige Funktion des HP Pavilion X360 ist dessen nachhaltige Orientierung. Dieser Laptop ist Energy Star zertifiziert, EP-Gold registriert und enthält recycelte Alu-Kunststoffe, die anderenfalls im Meer landen könnten. Mit dem HP Pavilion X360 können Sie lange Sessions problemlos meistern. Die zwei Lautsprecher von B und O bieten einen optimalen Klang für Ihr Entertainment und dank HP Fast Charge können Sie Ihre Lieblingsserien so lange streamen, wie Sie möchten. Es ist ein schönes Gerät mit ausreichender Leistung und akzeptabler Tastatur. Leicht und hält den ganzen Tag durch. Beispielsweise für die Gymnasium-Mittelstufe ist es wunderbar. Das Laden über USB-C funktioniert jedoch nur eingeschränkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das HP Pavilion X360 2-in-1 Laptop eine großartige Wahl für alle ist, die ein flexibles Gerät suchen. Das Acer Spin 1 hat ein 14 Zoll FHD IPS-Touch-Display und kommt mit Windows 11. Es ist ausgestattet mit einem Intel Pentium N6000 Prozessor, 8 GB DDR4-Rahmen und einer 256 GB M.2 PCI Express SSD. Außerdem verfügt es über eine Intel UHD-Graphics-Karte und ist in Silber erhältlich. Das Acer Spin 1 hat eine tolle Bewertung von 4,6 von 5 Sternen und ist zum Preis von 599 Euro erhältlich. Es hat eine Menge großartiger Funktionen zu bieten, wie eine beleuchtete Querztastatur und ein FHD IPS-Bildschirm, der gestochen scharfe Bilder liefert. Der Akku hält bis zu 10 Stunden und das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen wie HDMI, USB 3.2, einschließlich einem Typ C Generation 2 und 2 Generation 1 inklusive einem Power-of-USB-Charging-Port, Kartenleser und einen Audio-Anschluss. Es verfügt auch über Bluetooth 5.0 und WLAN. Das Acer Spin 1 ist ein vielseitiger Begleiter für kreative Köpfe und eignet sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch unterwegs, für Office-Arbeiten oder Multimedia-Anwendungen. Es verfügt über 4 Anwendungsmodi und ist durch das 360-Grad-Scheinier sehr flexibel einsatzbar. Acer bietet eine 24 Monate Herstellergarantie beim Kauf auf Amazon. Zusammenfassend ist das Acer Spin 1 ein großartiges Convertible Notebook mit toller Leistung, Flexibilität und Mobilität. Microsoft Surface Laptop Studio Das 14,4 Zoll Microsoft Surface Laptop Studio kommt mit einem Intel Core i7, einer Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 32 GB RAM, 1 TB SSD und ist mit Windows 11 Home ausgestattet. Somit ist es perfekt für Gamer und sehr leistungsfordernde Programme geeignet. Das Surface Laptop Studio setzt in Bezug auf sein Design neue Maßstäbe. Der elegante 14,4 Zoll Touchscreen ermöglicht es Ihnen nahtlos zwischen Laptop, Unterhaltung und mobilen Anwendungen zu wechseln. Verbinden Sie es mit dem Surface Slim Pen 2 und erleben Sie eine der besten digitale Stifte-Erfahrung. Das PixSense Flow Display zeigt lebensechte Farben und eine glatte Darstellung mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz. Die Leistung des Surface Laptop Studio ist beeindruckend und dank des leistungsstarken Quad-Core-Prozessors der 11. Generation von Intel's Core H-Reihe, der auch anspruchsvolle Aufgaben bewältigen kann. Die Nvidia GeForce RTX 3050 Ti unterstützt Sie bei der Erstellung von Designs, Animationen und Renderings mit Raytracing und modernsten KI-Funktionen. Auch in Bezug auf Multimedia überzeugt das Surface Laptop Studio. Die 1080p HD-Kamera liefert hervorragende Videoqualität. Verbesserte Quad-Omnisonic-Lautsprecher und Dolby Atmos-Unterstützung sorgen für einen atemberaubenden Kinosound. Mit einer erstaunlichen bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit und einem verbesserten Standby-Modus können Sie jederzeit überall arbeiten. Das Touchpad ist größer und optimiert für Windows 11. Sie können es durch Tippen oder durch Verwendung intuitiver Gesten steuern. Mit dem Surface Laptop Studio und Windows 11 können Sie sich auf ganz natürliche Weise ausdrücken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Surface Laptop Studio ein hervorragendes Laptop ist, das durch seine Leistung, sein Design und seine Multimedia-Fähigkeiten überzeugt. Es wurde mit einem Rating von 4,5 von 5 Sternen bewertet und kostet 2471,73 Euro. Für diesen Preis erhält man das beste 2-in-1-Laptop auf dem Markt hinsichtlich der Leistung. Den Link zum Laptop können Sie in der Videobeschreibung finden. Mit einer Bewertung von 3,8 von 5 Sternen und einem Preis von 379,97 Euro ist das Lenovo ThinkPad Yora 370 Convertible ein attraktives Angebot für Business-Nutzer, Selbstständige, Schüler, Studenten und jeden, der ein Notebook zu einem günstigen Preis sucht. Das Lenovo ThinkPad Yora 370 verfügt über einen Intel Core i5-7300U-Prozessor mit bis zu 2x3,5 GHz und einer 512 GB SSD-Festplatte sowie 8 GB Arbeitsspeicher. Das 13,3 Zoll IPS Full-HD-Touch-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln und einer Webcam sorgen für eine hervorragende Benutzererfahrung. Außerdem bietet das Gerät UMTS und LTE, was es perfekt für den Einsatz unterwegs macht. Zu erwähnen ist jedoch, dass einige Kunden berichten, dass das Gerät mit geringerem Speicher als 512 GB ausgeliefert wurde. Einige berichteten auch über Mängel im Gehäuse und anderen Teilen des Geräts, aber es gibt auch positive Erwertungen, die bestätigen, dass das Gerät in einem einwandfreien Zustand geliefert wurde. Insgesamt ist das Lenovo ThinkPad Yoga 370 ein hervorragendes Convertible Tablet, das für Business und privaten Einsatz geeignet ist. Es bietet eine gute Leistung und eine umfassende Ausstattung. Wenn Sie auf der Suche nach einem günstigen Notebook sind, das auch als Tablet verwendet werden kann, dann ist das Lenovo ThinkPad Yoga 370 eine ausgezeichnete Wahl. Ranking Microsoft Surface Laptop Studio Mit einem Intel Core i7-Prozessor, einer GeForce RTX 3050 Ti-Grafikkarte, 32 GB RAM und einer 1TB SSD bietet dieses Gerät eine sehr starke Hardware-Performance. Alle Art von Spielen und aufwändigen Programmen können hier drauflaufen. Asus ZenBook 2 in 1, 15,6 Zoll Mit einem AMD Ryzen 7 5700U-Prozessor, einer Nvidia GeForce-Grafikkarte, 8 GB DDR4 RAM und einer 256 GB SSD bietet dieses Gerät eine gute Leistung für seinen Preis. Lenovo ThinkPad Yoga 370 mit einem Intel Core i5-Prozessor, einer 512 GB SSD, 8 GB Speicher und einem 13,3 Zoll Touch-Display bietet dieses Gerät eine solide Hardware-Performance für Business-Nutzer. HP Pavilion X360 2 in 1 Mit einem Intel Core i3-1125 G4-Prozessor, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD und einer Intel UHD-Grafik bietet dieses Gerät eine gute Performance für den täglichen Gebrauch. Acer Spin 1 SP114-31N-P0K1 Mit einem Intel Pentium N6000-Prozessor, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD und einer Intel UHD-Grafik bietet dieses Gerät eine solide Leistung für den Einstiegspreis. Zusammenfassend kann man sagen, dass die 2 in 1 Laptops eine flexible und vielseitige Option für diejenigen sind, die beide Funktionalitäten eines Tablets und eines Laptops benötigen. Mit den neuesten Technologien und fortschrittlichen Funktionen wie hochwertiger Grafik, schnellem Prozessor und großzügigem Speicher bieten diese Geräte eine hervorragende Leistung und Mobilität. Wenn Sie auf der Suche nach einem 2 in 1 Laptop sind, dann sollten Sie unbedingt die oben beschriebenen Modelle in Betracht ziehen. Jedes dieser Geräte bietet eine unvergleichliche Leistung oder Funktionalität, die Sie von einem hochwertigen Gerät erwarten können. Wir hoffen, dass Sie durch unser Video inspiriert wurden und dass Sie das für Sie perfekte 2 in 1 Laptop finden. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen eines 2 in 1 Laptops und kaufen Sie jetzt das Gerät, das am besten zu Ihnen passt. Die Amazon-Links zu allen Laptops aus dem Video finden Sie unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es die Laptops oft zu unschlagbaren Preisen. Also, schauen Sie dort vorbei. Abonnieren Sie unseren Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und teilen Sie das Video mit Freunden und Familie, die auf der Suche nach einem neuen Laptop sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Vielen Dank.